Das Wichtigste im Bergsteigen, was ich gelernt habe, ist, mich sehr methodisch vorzubereiten. Wie sind die Verhältnisse? Wie ist die Route, die wir gerade probieren wollen? Mit wem bin ich eigentlich unterwegs? Und genau diese Methodik bringe ich rein in meine Vorbereitung für wichtige Tage und Termine in der Arbeitswelt. Ich habe Workshops entwickelt für Unternehmen und für PwC, die basieren auf Thai-Boxen. Die ganze Idee dahinter ist, die Intelligenz aus der Sportwelt zu nehmen, so wie man seine Leistung nachhaltiger bringen kann und diese in die Arbeitswelt wieder reinzubringen, so dass der volle Mensch wieder in die Arbeitswelt reinkommt. Und das macht einfach riesig Spaß und auch das Gefühl, sich weiterzuentwickeln und immer wieder zu lernen. Benimkriegenzik